Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars, der Force Unleashed. Hey, was ist da los? Werdet ihr wieder frech, meine Freunde? Äh, so. Ah, nein, daneben. Au! Wie frech. Das sind hier Scharfschützen. Guts. Sieben, jawohl, ich brauch nur noch ein paar. So, kommen da aber noch welche runter, oder? Ne? Wie sieht das eigentlich aus hier, mit Karbonit? Ja, sieht cool aus. Gut, das kann ich dir noch zahauen. Weil ich will dieses Achievement, oder was es ist, weil es gibt dann auf jeden Fall mehr hiervon. Punkte, Macht, Gedöns, was auch immer. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon da bin, bei dem Doc. Weil sonst kann ich die nicht weiter einfrieren. Ja, hätte ich mal früher damit angefangen. Naja, das geht bestimmt immer noch. Oh boy. Will ich immer so ein Ding hier haben? So, sind die schon da? Ups. Ja, verdammt. Naja, aber so ist. Machen wir einfach mal weiter. Wir müssen es ja hier nicht. Zack. So, was ist denn eigentlich los mit dir? Du bist mir viel zu frech. Was war das jetzt? Schießen die auf mich? Ey, Junge! Pff. Lol, Jetpack-Truppen. Ist das auch Karbonit? Ne, wahrscheinlich nicht. Au! Weg! Toter, du besoffener Peller. Komm mit! Ne, sieht nicht nach Karbonit aus. Gut. Ich glaube, die fliegen einfach so von selber weg. So. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Sehr, kann gerade gar nichts. Weg mit dir. Ja, ich glaube... Wow! Boah, kann ich dich nicht abwehren? Mal gucken. Jo, komm, weg mit dir. Ähm. Ne? Ziehst du? Ziehst du nicht? Ne, tut er nicht. Es gibt hier. Nix. So, jetzt. Äh, Kumpel, ich bin hier. Okay, den kann ich nicht abwehren. Das ist interessant. Weg mit dir. Okay. Äh, ja, ich renne hier gerade ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Ich will halt alles sehen, nix verpassen und so. Aber ich fürchte, es hat sich ausgekarbonitet. Schade. Naja, was weiß. Äh, so, hier geht's runter. Boah, das ist alles so. Ich will mir halt alles nochmal anschauen. Wenn wir hier eh schon Zeit haben. Weil wirklich Zeitdruck haben wir ja nicht. Und der wird ja nicht wirklich verletzt. Auch jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad. Tu, weg! Du, genauso. Boah, ist der Cota erwischt, du Penner. Du weißt, die Leute hier sind im Zimmer. Echt? Habe ich das? Ja, darauf erst mal Aufstieg. So. Hm. Machtschub. Mit vier. Lichtschwertwurf. Ja, komm, mach mal Machtschub mal auf Max. Warum nicht? Zack. Werden wir schon mal können. Ich kann Happy maximieren. Klar, sofort. Das ist immer gut. So, mit eins kann ich wahrscheinlich nicht viel anfangen. Zwo. Und der Rest ist noch. Unerschlossen. Okay. Maximale HP. Habe ich da mehr? Au! Was fällt dir ein? Ah. Stimmt. Jetzt kann ich hier noch weiter karbonisieren. Geil. Boah, Cota, chill mal dein life und so. Wo sind hier die... Ist das auch karbonit? Zählt das? Ah, wohl nicht, hm? Ah, ne, das sind die Mongos da. Das sind nicht die Imperialen. Das sind irgendwelche... Das sind diese komischen Hamster da. Wo ist denn die HP-Anzeige von dem? Okay, das war's. Verstehe. Ah, da ist noch so ein karbonisierter. Karbonisiert, hör. Wow. Nein, du, weg. Ich will das da. Ach, komm schon. Das muss noch gehen. Ich will diese Achievements. Wow. Aufpaste. Au. Ja, wirklich viel Damage machen die jetzt nicht. Sollte eventuell mal den da zuerst gelocken. Kann ich mich vielleicht einfach so zernichten? Ja, kann ich. Au. Ey, hallo? Ist das der Ernst? Der Hunter fliegt total unkontrolliert rum. So, läuft. Seid ihr noch am Leben? Nein. Ja, ich würde es nicht schon beim Schiff. Schade. Das wird dann wohl nichts mit der... Wollt ihr es nicht schließen? Null. Verkarbonisierung von irgendwelchen Leuten. Oh. Das hätte ich vielleicht vorher gebraucht. Unbegrenzte Energie. Nice. Ja, das war's wohl. Naja. Schade. Hätte ich jetzt mal vorher gecheckt, was ich machen musste. Wow. Was bist denn du für einer? Vielleicht... Wow. Wow. Habe ich doch noch die Chance, irgendwelche Leute zu verkarbonisieren. So, wo ist denn hier? Da war auch noch irgendwo. Da ist noch so ein Behälter. Ich glaube, die Hacks. Ich glaube, die Hacks, was bist du denn für einer? Äh, okay, das bringt wohl nix. Hat der überhaupt eine HP-Anzeige? Ich sehe nämlich nix. Okay, erstmal mache ich mal dieses ganze Fallobst hier weg. Du weg. Au. Verdammte. So, seid ihr alle weg? Nein, du. Weg. Wow. Ah, komm schon. Ey, Junge. Du wächst halt nur auf, ne? Ey, hallo? Verdammt nochmal. Visiert doch mal an. Meine Güte, ey. Dieses Drecksgame. Das kotzt mich ja so an ab und zu. So, weg mit dir. Jetzt kann ich mich um dich, Pissnäcke, kümmern. Au. Du ohne HP-Anzeige. Ey, hallo? So. Jetzt geht's aber... Ach so, das ist ein Boss, oder was? Die sogenannte Schattenwache. So, jetzt. Wie gefällt dir das? Wie schmeckt dir das? Ne? So, weg mit dir. Boah, what the fuck? Das war eine übergeile Zweck. Der Junge kann jujizu. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Wieso habe ich ein blaues Lechtschwert? Wieso? Sie werden ihn vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ist vielleicht gewollt? Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich... ...habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Hinter die und blinder Penner. Oh, Auftritt Rogue Shadow. Ja... Ich habe vier Holokons verpasst, ernsthaft. Egal. Der Pench. Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Äh, was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Der Kerl kommt mir vor wie so ein alter chinesischer Meister. Wie aus so einer, keine Ahnung, Drunken Fist oder so. Blind, besoffen, aber immer noch mächtig. Zumindest fühlt sich das so an, als könnte er noch einiges. Obwohl er es gerade nicht zeigt. Silph-Holokons verbessern vorübergehende Kraft. Ja, kenn ich. Ja, stimmt. Okay, Silph-Holokons verbessern meine Kampfkraft. Und jede Holokons bringen mir halt Machtpunkte oder Talentpunkte. Ja, geil. Und der Chill-Tist dann mit Juno und flirtet mit dir. Herzlichen Glückwunsch. Boah. Das sieht richtig fett aus. Läuft. Der Besuchscheinwerfer sieht ja überbescheuert aus. Bin ich verwundet durch Flammen? Yep. Du hast den Blitzschirter gelernt. Verwende, LT halten und Y um das Schild zu aktivieren. Er senkt den erlittenen Schaden und lässt dich zugleich mehr Schaden bei Angriffen mit dem Lichtschild bewirken. Okay, nice. Das ist sowas wie der Quenzer, aber beim Witcher. Zumindest im zweiten Teil. Komprimierte blaue Lichtschildkristalle. Okay, das ist wahrscheinlich dieser wabende blaue. Ja, so müssen wir passen halt auch Lichtschildkristalle, wenn ich hier solche Sphären nicht finde, nicht sehe. Ja gut, was soll es. Also, ich kann mein Lichtschild werfen. Ich kann alles in die Luft jagen. Und ich kann so eine Sphäre erstellen um mich rum. Ah, das ist das Dorf, wo ich vorher war. Cota, ich glaube, ich habe was gefunden. Da hat mich jemand wieder gefunden, oder? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre, ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Hä? Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Ja, hör mal rein da. Er hat die Macht verloren? Also komplett? Wie soll das gehen? Ich habe halt keinen Plan vom Star Wars Universum. Also ich kenne halt nur die Filme und die Games halt ein paar. Aber das habe ich noch nie gehört, dass ein Jedi einfach die Macht verliert. Oder meinte er, die Macht zu wissen, was da sein könnte. Junge, du hast ein rotes Lichtschwert. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Oh, das ist Vater sogar. Vater, nein! Juno, ein Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir haben kurz den Kontakt verloren. Ich, äh, mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große Impfung. Das ist eine reale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Ja, geil. Das kann ich nicht mal richtig umsehen. Das war nur so eine Sequenz. Schade. Aber was wirst du machen? Wow. Party hard! Was ist denn mit denen los? So. Also das klingt immer nach einer guten Idee. Diese Machtsphäre. Boah, wieso lernt ihr das so? Hey, könnt ihr mal aufhören mit diesen bescheuerten Sequenzen? Alle zwei Meter kommt irgendein Film, der absolut nichts zeigt. Der hätte einfach so auf mich zustaxen können, ja? Ja, komm, zappelt halt noch mehr rum. So. Hammerstein, wieso explodieren die Typen? Stein! Lolle, ein Gummibaum. Geile Sache. Ich kenne ja Gummiband-KI, aber Gummibaum ist mir neu. Ja, du kannst ja auch nichts, Junge. Wow! Kannst du das wagen, ey. Ich schieße nochmal, ja? Und jetzt bist du am Arsch. Wow, was ist denn da oben los? Okay. Hä? Huh! Ich glaube, ich sollte mir das Hippoloch anholen. Oder erstmal da hochgehen und Deckung suchen. Ich kann da nicht hoch, natürlich. Alter, jetzt kommt doch. Ja, genau. Hä, ist das euer Faschissener Ernst? Jetzt, ganz ehrlich. Ich fall durch die Welt, was ist denn los mit diesem Drecksgame? Das ist einfach nur lächerlich. Ja, jetzt komm und ich kann das natürlich nicht abbrechen. Ey. Hör mal auf hier, um zu Flammenwerfern. Ihr könnt mich nicht verletzen. Ihr seid nur Klone, Menschen, was auch immer. Ja, oh, meine Güte, Leute. Hä? Ja, die Beine sind getarnt. Das bringt's. Er ist unsichtbar. Das ist mein Handy, sagst du, wie kannst du es wagen? So, weg mit dir. Explodiert die jetzt wieder? Ja. Das ist diese Anzüge, die sie tragen, diese Schildgeneratoren oder was, die sie explodieren lassen vielleicht. Läuft. Kann ich dich vielleicht zerstören, ohne dass er mich überhaupt bemerkt. Ja, das muss ich nur üben. zerquetschen, ich hab ihn gekillt damit, ernsthaft. So, du kommst auch her. So, ich stelle mich hier ganz vorsichtig ab. Ja, wieder auf den drauf. Noch ein Zerquetschenbonus. So, wenn er jetzt kein Damage genommen hat dadurch, dann kotze ich. im Dreieck. Ah, na bitte, er hat. Ah, verdammt, ich hab's verkackt. Huh. Guts. Hoho. Weggeblitzt, Dingsd. Ja, war cool. Könnt ihr mich hier auch noch treffen? Könnt ihr mich hier auch noch treffen? Nö. Was kann ich hier machen? Kann ich das weghauen? Oder anheben? Sieht nicht so aus. Okay, erstmal muss ich wohl die Boys da oben zernichten. Oder ich brauche ja gesteigerten Schaden dafür. Nö, auch nicht. Okay, du, komm mal raus da. Weg, du kommst auch mit. Okay, der lebt noch. Ich hab mir nur sein Geschütz geklaut, oder wie? Ne, ich glaub, ich hab mir mit dem Geschütz erschlagen. Ja, was erwacht hier? Lol, okay. Ich kann's einfach so aufschieben. Das ist ein richtig krasser Typ, der Starkiller. Ja, lauf du nur. Sauber. Es gibt eine glatte 7,0. Gesundheit wiederherstellen. Wow. Äh, hallo? Was ist das? Ist das ein Schild? Sieht so aus, ne? Kuckuck. Ja, hallo? Ah, okay. Ihr seid ja die Jungs, die da gegen die Moon sind, hä? Und wie sieht's jetzt aus? Penner. Ja! Okay, gut. Weiter geht's. Was? Ich bin nicht sauer? Oder mach mich nicht sauer? Uh, gegen die Heizung geballert, den Jungen. Aua. So, was ist denn eigentlich mit dir da oben los? Du willst unbedingt sterben, hab ich gehört, hä? Ja, ja, ja. Guck mal hier. Geil, wa? So, da oben ist noch so ein Holoclon. Da muss ich wohl eh hin. Funktum in der Nähe. Was ist das hier? Ich bin eine Heizung, hä? Wuhu! Weg damit. Das sieht aus wie so ein... Ja, wie so ein Radiator, einfach. Au. Ey, das ist heiß. So. Komm rum. Kommt alle rum. Weg mit dir. Du kriegst es auch noch ab. Weg. Yee. Unverwundbarkeiten, nice. Aber erst mal aufsteigen, Leute. So, haben wir eins. Ja, unwahrscheinlich, dass es irgendwas für eins gibt. Aber jetzt habe ich alles hier freigeschaltet. Okay. Hier was für zwei. Ich glaube, irgendwas war da, ne? Ja, Siphi. Genau. Ah, jetzt haben wir noch mehr freigeschaltet. Oh, fehlen. Gefällt mir. Eee. Was ist das? RT und X. Dein Lichtschild wird nach dem gegriffenen Gegner geworfen und fehlt ihn dadurch, wo durch schwere Schaden bewirkt wird. Das klingt gut. Ich verschlag auf den Boden, der Gegner in die Luft. Okay, was war das? Was war das hier noch? Siphi. XY mit Blitzen, der mit dem Aufwärtsschwung endet. Das gefällt mir. Gekauft. Verdammt, was war das nochmal? RT und X, ne? Das probieren wir gleich mal aus. Beim Nix Besten. Äh, hoppala. X meine ich. Okay. Ah. Ja gut, jetzt habe ich es gesehen. Ja. Weg mit dir. Okay. Schön. Gefällt mir. Wo ist denn hier? Hier war auch irgendwo noch so ein Leuchterdings, oder? Habe ich mich verguckt? Ah doch, dann. Lol. Boah, das ist ja... Das ist ja ein bisschen tricky, da hinzukommen. Oh mein Gott. Wegen 10.000 Machtpunkten fast draufgegangen, hey. Äh, ja, ich muss ja eh nur hier runter, oder? Uh. Sweet. Ein Bausparvertrag. So, ich muss ja nur hier hin, ne? Ist das der Funkturm? Weg. Wer hat mich da denn aus dem Leben geschossen? Du da oben? Ernsthaft? Naja. Wow. Ein Kontrollkern zerstört. Noch einen? Ja, ganz bestimmt. Gibt's den. So, weg mit dir. Äh, wer, wer will hier beef? Hier da oben. Ich glaub, ihr wollt gefehlt werden, kann das sein? Höh, wow. So, weg mit euch. Kann ich da durchspringen? Ne. Das ist halt echt wie feste Wände. Oh boy. Äh. Puh, ich dachte grad. Ähm, gut. So, von hier bin ich eigentlich gekommen dann. Das heißt, irgendwo weiter muss noch so ein Generator sein, oder was? Zack. Rind damit. Du, weg. Da ist noch ein Tor. Okay. Ähm. Okay, das ist wohl nicht in der Nähe hier. Das Dings. Ja gut. Von mir aus. So. Kuckuck. Hopp, er ist da. Wow. Pass mal auf, mein Freund. Ey, was ist denn los mit euch? Du machst deinen Generator nicht an. Oh, da ist noch so ein Holocon. Das hab ich ja völlig übersehen. Wie soll ich denn da dran kommen? Wahrscheinlich geht es nur von oben. So, erstmal hier. Ja, hab das. Hab das verstanden, ja? Ja, geht doch. So, kann ich euch da mit abwerfen? Gut. Ja, da ist ja noch so einer. Komm mal her. Ja, komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Hallo? Hä? Will ich dir das nicht zeigen. Ja gut. Leute, ich mach hier mal eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch bisher eingefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Star Wars The Force Unleashed. Haut rein!